Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead Michonne in der dritten Episode mittlerweile und die heißt Was wir verdienen und die starten wir jetzt. Randal sollte derjenige da stehen, nicht dein Bruder. Ich werde nicht dich hinterlassen. Du beginnst aber zu den Menschen, und unsere Chancen sind aus hier zu machen. Any von uns, geht es zu zero. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Kampagne ist vorbei. Dein Geist. 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 Das wird keiner sehen. Ich wollte einfach eine Weile alleine sein. Du würdest wirklich hinterher springen? Ich trinke einen Schluck. Ich glaube, das schmeckt auch besser. Das sieht alles noch sehr friedlich aus. Wie lange dauert es? Die wachsen ja auch ans Herz, weil wir sind nur eine Crew. Wie lange dauert es? Was, um zu warmtour? Ich würde sagen, es dauert ein Jahr, drei Wochen und sechs Tage. Wie lange dauert es? 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 Aber dann, eine junge Frau wurde... ...tach. Du hast das Richtige getan. Ich wäre alleine reingegangen. Wieso hast du dir die Mühe gemacht? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Weil ich damals noch dachte, dass ich eine Unterschiede machen könnte. Nach meinem Bruder... Ich will nur noch einen anderen Tag machen. Ein paar Wochen später kam ich zu Pete... ...und auf die Kost. Er sah das Gesicht auf meinem Gesicht und er mir einen Job gefordert. Ich habe keine Fragen. Ich habe mich nicht gefragt. Ich habe mich nicht gewonnen. Es ist schön, dass es Menschen gibt wie Pete. Pete ist eine gute Gott, Megan, in einer roten Welt. Ich bekomme nicht immer Pete, aber ich bin froh, dass Leute wie ihm immer noch existieren. Ich trinke zu dem. Ich bin dabei. Nein, danke. Ich sage mal ausnahmsweise... Eigentlich wollte ich Nein sagen, aber dann dachte ich daran, dass Michonne gesagt hat, dass es ihr gut tut, beschäftigt zu sein. Also dachte ich mir, ich gebe ihr einfach mal eine Beschäftigung. Besser als da trübselig aufs Wasser zu gucken, ist es vielleicht besser, dann wenigstens sich die Zeit mit Kartenspielen zu vertreiben. Aber wieder zurück zur Jetzt-Zeit. Haben wir hier ganz andere Probleme. Halt es Sam zurück. Halt es Sam zurück. Ja, soll sie sich das merken. Es geht jetzt gerade nicht. Er ist hilflos. Wir brauchen ihn lieben. Du bist besser als das. Was werden wir ja sehen. Wenn wir dann Pech haben, ist so, aber... Das war ein Unfall. Das war ein Unfall. Schwierig. Ja, er hat ihn wirklich getötet. Dafür verdient er echt Strafe oder Tod, aber ich weiß halt nicht, was noch kommt. Ach, nicht schon wieder. So, jetzt weiß sie ja wohl, dass wir da sind. Wir sollen nicht drauf eingehen. Wird sie das machen? Ich glaube nicht. Okay. Wäre er jetzt tot, hätten wir lügen müssen. Dann hätte sie da vielleicht auch jemanden umgebracht. Das gilt auch für mich. Ihm geht's prächtig. Wir müssen sie zurückbekommen. Ich weiß nicht, Frau. Puh! So, what do you think's gonna happen next? So, what do you think's gonna happen next? So, what do you think's gonna happen next? Episode 3 – What We Deserve What? So, what do you think's gonna happen next? Yeah, but einmal sauber machen, Wunden irgendwie noch, bekleben und fertig. Ja, wir wissen tatsächlich nicht, was uns blümt. Vielleicht ist auch völlig egal, was wir machen. Hm. Schwierig. So einfach wird das nicht sein. Wo würden wir hingehen? Es könnte funktionieren. Wo gehst du hin? Sam, komm zurück. Wir sind hier noch nicht fertig. Sam, where are you going? I'll watch him. Mach den Typen doch einfach mal sauber, dann sieht das alles schon nicht mehr so schlimm aus. Das ganze Blut macht das halt alles, finde ich, noch schlimmer vom Eindruck her. Schrecklich. Du wirst dir wehtun. Wo bringst du ihn hin? Was machst du da? Sam, what the hell are you doing? Und er hat natürlich große Verluste erlitten. Hm. Und jetzt auch noch der Vater, das ist natürlich ziemlich hart. Ja, begrabe ihn später, ich verstehe. Das ist ihre Entscheidung. Wir können da eigentlich nicht für Sam einfach entscheiden. Oh oh. Was ist mit Norma? Du kannst nicht hierbleiben. Ich werde dich nicht zum Gehen zwingen. Wie denn? Jo, kein Ding. Nur wenn die hier bekommen. Ich helfe ihr einfach mal. Ich finde das schlimm für sie. Und ich finde, sie verdient das, wenigstens ihren Papa zu begraben. Also den da einfach liegen zu lassen. Das, ähm... Gut, man kann das und so sagen. Ach ja, in so einer Apokalypsenzeit, da muss man dann mit leben, dass man dann solche Angehörungen auch mal liegen lässt. Wenn sie das macht, kann man ja tatsächlich schon mal ein paar Vorbereitungen treffen. Aber prinzipiell verstehe ich auch, dass sie da halt ihren Vater begraben will. Michonne hat Flashbacks, so wie immer. Es wird irgendwie auch immer mehr und häufiger, habe ich das Gefühl. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Wie fühlt es sich an? Du brauchst keine Waffe, sei vorsichtig. Und? Wie fühlt es sich an? Es ist schwer. Empty. Okay, wir bringen ihm das mal so ein bisschen bei. Es ist okay, Angst zu haben. Man muss klug sein. Halt den Kopf unten. Wir brauchen Randall, du willst, dass er leidet. Wir haben ihm schon wehgetan. Sie ist seh. Geh und hilf, ich werde sie beschützen. Geh, Sam, diese Waffe. Du brauchst eine Waffe. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Geh, Sam. Geh, Sam. Norma ist auf dem Weg. Dinge können falsch gehen. Ich sollte nicht immer dazu kommen. Hoffentlich war das keine blöde Entscheidung, sie ihr zu geben. Die Waffe anstatt ihm. Weil sie ja auch verletzt ist. Oh oh, was geht denn da ab? Sorge dafür, dass Pete und Paige bewaffnet sind. Dann gehen wir mal nach oben. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Beg fort. Danke.